Gibt es mit Paul Jahnke und Antonia Hemmer wohl etwa ein neues Traumpaar am Promi-Himmel? Nachdem die Gerüchteküche in den vergangenen Wochen gar nicht mehr aufgehört hatte zu brodeln, sorgte Antonia kürzlich mit einem Video für vermeintliche Klarheit. Darin ist die Sommerhaus der Stars-Gewinnerin tanzend an der Seite von Paul zu sehen. Das Ganze verzierte sie mit einem Emoji, der die Hände zu einem Herz formt. Jetzt legt Paul Jahnke nach. Auf TikTok teilt er einen Clip aus dem Bett, in dem er einen Filter verwendet, der einem das Alter anzeigt. Als bei ihm die Zahl 23 aufploppt, springt Antonia Hemmer plötzlich ins Bild. Der Clou? Sie ist 23. Ganze 18 Jahre trennen die beiden. 41 ist das neue 23, witzelt der Ur-Bachelor unter dem Video. Die Altersdifferenz scheint den beiden offensichtlich nichts auszumachen. Auch die Fans haben nichts zu meckern. Ganz im Gegenteil, sie sind schwer begeistert von dem Duo. In der Kommentarspalte schwärmen sie Finde euch mega genial zusammen. Die beiden haben es so sehr verdient. Oder Ich würde mich für beide freuen. Würden echt gut zusammenpassen. Geht zwischen den beiden tatsächlich mehr? Fraglich, denn Antonia Hemmer stellte jüngst in einer Fragerunde klar, dass sie Single sei. Böden Das ist zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.